Teil 27 Voxhall Station Montag, 18.30 Uhr Chrissy und Madison standen vor dem Lisboa-Connection, nur ein paar Ecken von Voxhall Cross entfernt. Sie schauten durch die Scheibe in das Internetcafé. Die Location war okay und es war nichts los. Perfekt. Rasch gingen sie hinein. Hallo, ihr habt die freie Auswahl, begrüßte sie der Wirt und zeigte mit einer einladenden Geste auf die leeren Terminals. Danke, zwei Ginger Ale bitte, bestellte Chrissy durstig. Die Tür öffnete sich und eine Gruppe Jugendlicher kam schwatzend ins Café. Madison verzog sich an den hintersten Computerplatz, lockte sich ein und startete Google Earth. Ihr Ziel war London, England. Die kleine Weltkugel vergrößerte sich rasant und es ging im Sturzflug auf London zu. Madison navigierte zu Voxhall Cross. Es machte ihr Spaß, das MI6-Gebäude von oben herab zu inspizieren. Allerdings konnte sie kaum Details erkennen. Cooler Laden, Nahrungsaufnahme ist sogar erlaubt. Chrissy stellte die Ginger Ales auf die Getränkekonsole. Sie fletzte sich hin und schlürfte gierig. Kannst du Raymond sehen? Chris, das sind doch keine aktuellen Bilder. Keine Sorge, es wird ihm schon gut gehen. Raymond ist Londoner, der kann sicher ganz gut auf sich selbst aufpassen, oder? Raymond beobachtete aufmerksam den Eingang der U-Bahn-Station Voxhall. Er hielt nach einer mittelgroßen Frau um die 40 Ausschau. Aschblondes, schulterlanges Haar, blaue Augen, blasser Teint, ausdrucksstarke Nase, was auch immer das bedeuten sollte. Aussagekräftiger waren da schon ihre Gewohnheiten. Beim Gehen zog sie das linke Bein leicht nach. Die Frau trug immer einen älteren, braunen Lederaktenkoffer bei sich. Kurzum, er wartete auf Sue Rumi. Sie fuhr jeden Abend mit der Tube nach Hause. Blue, die Sues Akte in Millers Computer gescannt hatte, hatte Raymond mit detaillierten Informationen versorgt. Anfangs war er gar nicht begeistert gewesen, Detektiv zu spielen. Madison hatte ihn überzeugt, dass in diesem Fall althergebrachte Ermittlungsmethoden angesagt waren. Sie hatte ihn allerdings auch ganz schön zugetextet. Sue müsse außer Haus sein, vorher könnten die Scromax nicht ins Labor. Sie müssten schnell eindringen, ohne Unterbrechungen, ohne Energieverschwendung, ohne Scherereien. Umso kraftvoller könnte der Energietransfer für Red ausfallen. Diese Argumente hatten Raymond eingeleuchtet. Gelangweilt blickte er sich um. Es war ihm noch nie aufgefallen, dass es so viele Frauen um die 40 mit aschblondem Haar gab. Er seufzte matt auf. Als Sue an ihm vorbeirauschte, erkannte er sie an der überdimensionierten Aktentasche. Dazu passte der schleppende Gang. Sie zog das linke Bein sichtlich nach. In dem schmalen Gesicht prangte eine Himmelfahrtsnase. Raymond zog sein Handy aus der Hosentasche und übermittelte den Mädchen das verabredete Zeichen. Madison sprang auf und ging zum Tresen. Hallo, kann mir mal jemand helfen? rief sie stadtplanwedelnd mit lauter Stimme und lenkte alle Blicke auf sich. Blue und Green nutzten diesen Moment und tauchten unbemerkt ins Netz. Zu spät. Montag, 19 Uhr. Als sie transmexten, spürten sie am Luftwiderstand, dass sich jemand im Labor aufhielt. Lautlos landeten sie direkt neben der Steckdose hinter der Vakuumpumpe. Sie spähten zum Safe. Er war offen und ausgeräumt. Links von ihnen, auf dem Labortisch, lag die anthrazitfarbene Bleischachtel. Neben dem Tisch sahen sie einen Mann im Profil. Er fummelte ungeschickt an seinem Hemdkragen und zog mit ungeduldigen Fingern eine Kette hervor. An der Silberkette baumelte ein spiralförmiger Anhänger, in dem eine rote Kugel eingefasst war. Der Mann legte das Schmuckstück auf den Tisch. Vorsichtig öffnete er die Bleischachtel, holte Red aus ihrem dunklen Verlies und legte sie behutsam neben den Silberschmuck. Er drehte an dem Spiral-Anhänger und die eingelegte Lapiskugel kullerte in seine Behandschuhte Rechte. Er platzierte sie in die Mulde des Bleibehältnisses und stülpte den Deckel darüber. Er nahm Red auf, schaute sich die Kugel kurz an und legte sie in den Spiral-Anhänger ein, der Sekunden später unter seinem Hemd verschwand. Er wandte ihnen den Rücken zu, stellte die Schachtel zurück in den Safe und verschloss ihn sorgfältig. Die Zeitspanne war kurz. Green transmäxte. Eine grün-schimmernde Stubenfliege surrte durch die Luft und landete auf dem Gürtel des Mannes. Sie krabbelte den Bund entlang zur Hosentasche und schlüpfte hinein. Der Mann hatte nichts bemerkt. Er schaute sich noch einmal prüfend im Labor um, löschte das Licht und zog die Tür geräuschlos hinter sich zu. Blue machte sich aus dem Staub. Zwei Minuten später tauchte sie im Internet-Café auf. Raymond's Handy klingelte und im Display leuchtete Chrissies Namen auf. Na endlich, meldete er sich. Geh zur Fußgängerampel gegenüber von Voxhall Cross und schau, ob ein älterer, hagerer Mann das Gebäude verlässt. Wir sind gleich da, raunte sie. Was? Er glaubte nicht richtig gehört zu haben, aber Chrissie hatte schon aufgelegt. Missmutig stapfte Raymond zur Ampel und bezog Stellung.